Diesen Vulkan, dessen Namen wir 2010 alle versucht haben auszusprechen, den hast du fehlerfrei. Magst du es noch mal kurz? Ich bin ja gar nicht vorbereitet. Ea fjadla juküt. Ea fjadla juküt. Guck mal. Ea fjadla juküt. Ea fjadla juküt. Ea fjadla juküt. Paul, kannst du mal bei ihm die Ausknopf?